Einen wundervollen guten Tag wünsche ich herzlich willkommen zurück bei Soul Reaver 2. The Legacy of Cain in unserem, ja mittlerweile dann doch schon Langzeit-Let's Play, würde ich sagen, weil wir ziehen ja jetzt die gesamte Reihe hier einmal am Stückchen durch. Wo waren wir hier? Ist jetzt die Frage. Hier sind so ein paar Abspaltungen, was Brücken angeht. Da hinten war jetzt aber auch noch ein anderes Symbol. Ich guck mir das nochmal an. Das hängt da einfach so lustig. Ist jetzt nur die Frage, das ist glaube ich nicht mit Licht, oder? Habe ich überhaupt Licht? Ne, ich habe Schatten. Ah ne, warte mal, das ist so ein bisschen bröckelig, da brauche ich Wind. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. So ein Spruch, der immer wieder in meinem Gedächtnis auftaucht. Wir gehen mal runter, würde ich sagen. Ich glaube, auf der zweiten Etage gab es Wind. Für himmlische Kinder. Seid auch Rinder. Also immer der Unterschied zwischen Rind und Kind macht auch immer nur bei Hackfleischbestellung wirklich Sinn. Ähm. Dann gehen wir hier hoch. Oh, ganz schön. Schön und langsam und ruhig, ne, wie sich das gehört. Gehen dann mal hier lang und dann brezeln wir einfach mal auf diese Teile drauf. Ne, hä? War das schon immer auf der Seite? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, was hier eigentlich passiert. So, da. Die gehen nämlich kaputt. Und jetzt brauche ich, natürlich brauche ich jetzt Licht. Hätte jetzt auch nicht sein können irgendwie, dass ich jetzt dann was anderes brauche oder so. Jetzt brauche ich Licht. Willst du ein bisschen abfangen. Nehmen wir den. Das Schweben habe ich nicht so ganz raus, aber sich so einfach in diesen Sturm reinwinden, das geht. Und das funktioniert ganz gut. Ja. Bis auf die Tatsache, dass ich dann meine Flügel wieder nicht aufgespannt kriege. Das passiert auch ganz gut. So, hier rüber. Muss man nicht das ganze Licht direkt weg dübeln, sondern einfach auch nochmal ein bisschen rationieren. So, wie zu der Brücke, da hinten ist dann jetzt auch dieser Eingang vom Palast. Das heißt, so viele Stufen haben wir jetzt gar nicht mehr. Von hier aus sieht der Kollege da hinten aus wie Rasiel selbst. Macht ein bisschen betroffen, ehrlicherweise. Jetzt ist nur die Frage, komme ich dann jetzt von hier auch dahin? Natürlich nicht. Also gehen wir nochmal von der Seite. Machen dann einmal einen auf den hier. Aber sagen, irgendwie muss ich doch da rüber kommen. So, das war die Brücke, die wir von unten schon aktivieren konnten. Und hier ist ein Kollege Blutkessel. Problematisch an der ganzen Geschichte wird jetzt halt nochmal... Wie komme ich... Oh Gott. Manchmal ist es halt schon noch ein bisschen blöd. Mit dem Abspringen und dann funktioniert es nicht und überhaupt... Eigentlich mit den Sprüngen funktioniert es momentan ganz gut. Da haben wir auch nochmal so einen Kollegen. Ich muss irgendwie jetzt diese Türen aufkriegen. Entschuldigung. Und wie gesagt, ich weiß jetzt auch gerade im Moment noch nicht, ob jetzt die anderen Projekte auch schon wieder angelaufen sind. Oder wie wir das dann jetzt handhaben und sowas. Momentan ist wieder ein bisschen Vorproduktion damit, ne? Aber wir fangen uns aktuell ein bisschen. Gib mir das und zumindest die erste Tür schon mal auf. Das heißt, ich kann zumindest den einen Kelch schon mal holen, würde ich sagen. Also hier haben wir ja auch direkt Blut. Da hinten dürften Kelche sein. Das sind ein bisschen Laufwege jetzt tatsächlich. Aber ich habe keine Kelche gesehen, die ein bisschen früher kommen. Also gehe ich diesen Weg. Gib mir das bitte. Fühlt sich so ein bisschen wie so ein Suppenkoch, ne? Da nochmal einen Kelch holen, dann wird er da rüber laufen und so. Tomatensuppe. Dann habe ich gar nicht gesagt. Einfach nur von der Konsistenz und ein bisschen dicker oder sowas könnte es auch so Tomatensuppe sein. Muss ja nicht immer ganz brutal sein und sowas. Aber Kirschsaft wird vor allem auch zu dünn. Ja, obwohl naja, Tomatensuppe als Konsistenz für Blut ist, glaube ich, ein bisschen zu dick. Da muss man noch ein bisschen dran feilen an der ganzen Logik, hätte ich gesagt. Aber wir kommen näher. So, da einmal rein die Suppe. Womit hätten wir den? Ist jetzt nur die Frage, komme ich jetzt komplett bis da hinten hin mit der anderen Geschichte? Oder was machen wir jetzt hier? Na guck mal, da kann ich jetzt dann auch wieder fliegen. Nachdem ich es aktiviert habe. Und könnte dann da hinten hin. Ist jetzt nur die Frage. Warte mal. Kann ich jetzt bis hier hinten einmal durchlaufen? Weil da hinten muss ich jetzt auf jeden Fall noch das andere Tor aufmachen, glaube ich. Ah ja. Muss ich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, ich kann mir das andere Tor sparen, wenn ich ehrlich bin. Oder kann ich da von der anderen Seite einfach nur für die Lulls mal. Ich könnte mir jetzt natürlich auch noch einen Kelch holen und dann einmal den kompletten Weg zickzack bis dahin laufen, bis zu dem Tor. Ich kann ja sagen, ich kann ja hier einfach flangen. Dafür ist diese Pseudobrücke ja da. Guten Tag. Ach, hier sind Kelche. Ja, okay. Das ist einfach eine Zeitersparung. Hätte ich natürlich auch drauf kommen können, dass hier vielleicht ein paar Kelche rumliegen. Dann gib mir das mal. Dann machen wir hier mal direkt auf. Plack. Nächste Tür weg. So, dann haben wir hier dann auch direkt nochmal einen Kelch. Das ist ja so die Frage, ob der dann mehr bringt als der andere. Aber na gut. Ist hier weiter noch irgendwas? Also hier kann ich diese Brücke dann jetzt theoretisch nochmal aufmachen, aber die haben wir ja beim letzten Mal schon. Also, die ist ja von unten dann schon geöffnet worden. Das heißt, die bringt jetzt auch nicht mehr so viel. Aber die Kelche vielleicht zumindest. Also, ich nehme hier mal einen mit. Dann kann ich ja dann auf den Weg zu dem, den ich eigentlich brauche, dann nochmal auffüllen, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Ich muss nur dann dran denken, dass ich mir auf der halben Stufe nochmal den Wind hole. Sollte ich abstürzen, dann kann ich dann da bei mir den Checkpoint auch nochmal befüllen. So, dann gibt man nochmal ein bisschen Süppchen. Und dann laufen wir hier einmal den Zickzackkurs durch. Aber auch kein Geräusch auf den Brücken, ne? Das ist ein ganz komisches Material. So, rein damit. Und die große Brücke. Und hier brauchen wir jetzt noch was anderes. Jetzt brauchen wir hier Feuer, oder was? Ah! Oder es ist einfach nur ein Button. Und ganz langsam wandelt er durch die violetten Gänge der Hölle. Na? Janus Orden? Tut gut, nach all den Jahren meinen Namen ohne verachtenden Unterton zu hören. Raziel, mein Kind, was haben sie dir angetan? Ich ging durch die Hölle und zurück. Das alles nur, um diesen Moment zu erleben. Ich weiß nur nicht warum. Tausende von Jahren wartete ich allein, verlor den Glauben. In der Zeit der Bindung ernannte man neun Wächter als Hüter der Säulen. Ich leistete den Schwur als Zehnterwächter. Der Hüter des Reavers, die Waffe der Erlösung. Jahre vergingen, unsere Rasse starb. Ich überlebte, denn ich war dir verpflichtet und dem Heiligen Schwert. Was geschah mit den neun Wächtern? Waren sie nicht gestärbt durch ihre Pflicht? Ich weiß es nicht. Während unsere Rasse verging, erblühten die Menschen. Jahrhunderte zogen vorüber und unsere Geschichte wurde Mythos und verschwand. Die Menschen haben uns vergessen und die Säulen für sich beansprucht. In völliger Unkenntnis ihres wahren Zwecks. Für sie bin ich ein Teufel. Ursprung ihrer Vampirplage. Warum erlaubten die Säulen menschliche Wächter, wenn sie doch die Vampire dafür bestimmten? Die Säulen wählen ihre Wächter durch Geburt, rasiell. Aber Vampire werden nicht mehr geboren. Das ist unser Dilemma. Und das ist die böse Ironie. Mit ihrer Jagd auf die Vampire attackierten die Mitglieder des Kreises die wahren Erbauer der Säulen, die zu schützen sie geschworen hatten. Sie haben sich auf einen tückischen Pfad begeben. Jeder Vampir, den sie töten, ist ein Schritt in den Abgrund. Sie wissen, dass ich ihnen entkam und das macht sie rasend. Du siehst ja, wie sie mit ihren Verbrechen protzen. Vielleicht um mich herauszulocken. Sie leben in der närrischen Vorstellung, mein Tod wäre unser Untergang. Zum Glück sind wir stark. Ich habe gesehen, wie sie unten im Dorf ihre Truppen sammeln. Ja. Ich weiß nicht genau, was sie vorhaben. Doch ich fürchte, unsere Zeit könnte sehr knapp werden. Die Menschen haben dir offenbar nur Kummer und Kram beschert. Du musst sie hassen. Sie fürchten, was sie nicht verstehen. Und sie hassen, was sie fürchten. Doch nein. Ich hasse sie nicht. Vorador schon. Er hat viel leiden müssen. Er kann ihnen nicht vergeben. Sollte man ihnen vergeben? Sie verstehen nicht, was sie anrichten. Sie sind schlicht unwissend. Und anfällig für Manipulationen. Dann ist also alles wahr, was Kain und Vorador mir erzählten. Ich bin wirklich so etwas wie ein unheiliger Messias der Vampire. Unheilig? Nein. Messias? Vielleicht. Ich mag dieses Wort nicht. Es riecht förmlich nach Nachthyratum. Rasiel, deine Rolle beim Schicksal dieser Welt ist entscheidender und weit hilfreicher, als du dir je zugestehen wolltest. Deine Reise wird nicht einfach sein. Dunkle Mächte haben sich gegen dich verbündet. Aber ich glaube, das weißt du längst. Du scheinst auf grausame Weise geprüft worden zu sein. Die Bindung muss gesichert werden, Rasiel. Die Säulen sind das Schloss. Und der Reaver ist der Schlüssel. Ja. Der Reaver ist hier? Aber warum spüre ich dann nichts? Die wunderbarste Waffe, die unsere Waffenschmiede je geschaffen haben. Sie flößten der Klinge die Energien des Vampirismus ein und gaben dem Reaver die Fähigkeit, unseren Feinden den kostbaren Lebenssaft auszusaugen. Als Janus die Klinge präsentierte, kroch eine unerklärliche Furcht in mir auf. Weit schrecklicher als alles, was ich je zuvor empfunden hatte. Sofort stieß mich das Schwert schroff zurück und doch fühlte ich den unwiderstehlichen Drang, es zu berühren. Es aufzunehmen. Bitte, nimm es fort von mir. Ich fürchte, man ist dir gefolgt. Du musst dich selbst in Sicherheit bringen, Rasiel. Jenes! Nein! Okay. Alles wirbelte um mich herum und ehe ich mich versah, fand ich mich in einem angrenzenden Raum wieder, in sicherer Entfernung zu den Kämpfen. Jenes hatte mich vor den Serafan geschützt und selbstlos seine eigene Sicherheit verwirrt, um mein Leben zu bewahren. Und nun befürchtete ich, dass mein neu gefundener Mentor ermordet wurde, von jenen Kreuzzüglern, die ich noch vor kurzer Zeit bewundert hatte. Diese Ironie gab mir einen tiefen Stich und mit wachsendem Entsetzen dämmerte mir, dass Möbius mich von Anfang an betrogen hatte. Denn die Serafan waren einfach dem Weg gefolgt, den ich leichtfertig durch diese Zuflucht gebahnt hatte. Und bei ihrer Ankunft trugen sie Möbius' Stab. Damit war ihnen Jenes ausgeliefert. Durch die Tür hörte ich sie kämpfen, gerade mal ein paar Schritte entfernt. Aber es hätten genauso gut tausend Kilometer sein können. Denn dieses Hindernis war von elementaren Kräften verschlossen, die ich nicht besaß. Es schien so, als hätte Jenes mich in das Herz der Weihestätte des Feuers gemacht. Ich hoffte, das Feuer der Schmiede entfachen und den Reaver mit deren Kraft aufladen zu können, um Jenes sein schreckliches Schicksal zu ersparen. So, manipulieren wir wieder die Zeit ein bisschen, oder was? Oh, das sieht doch ein bisschen nach einem Feuerrätsel aus, was dann jetzt hier kommt. Oder ein bisschen Blut? Ne, warte mal, da sind diverse Windkanäle weiter oben. Und da ist Feuer. Was auch immer das ist. Trinkhörner. Ich muss den ganzen Fluss austrinken. Das ist, glaube ich, das Rätsel des Lösungs. Lichtkristall. Auf die Feuerschale. Ich verstehe noch nicht viel, aber ich muss auf jeden Fall hier irgendwelche... die großen Momente verbrechen. Uh, und ich kann speichern. Dann schauen wir mal, dass wir den Moment da vielleicht verhindern können. Äh, ich habe keine Ahnung, auf welchen mich zuletzt gespeichert habe. Ich nehme jetzt einfach mal C. Dann gucken wir mal, wie wir diesen Raum hier lösen können. Ja, hier schon mal nicht. Also das wird wahrscheinlich dann eine Schale... Das wird dann so einer der Letzte sein. Ich denke mal Feuer. Also zumindest spielt sehr, sehr viel auf Feuer hin momentan. Ich gehe einfach mal runter. Und gucke mir mal an, was da jetzt unten eigentlich Phase war. Vielleicht kann ich den hier auch schon in Flammen abbrennen oder auch nicht. Ah. Ah, okay. Wackeln. Okay. Natürlich füllt sich der ganze Gang dann jetzt mit Blut. Okay, ich... Nein, nein, nein. Okay. Das schaffe ich, das schaffe ich. Dann zieht sich das jetzt wieder zurück. Okay, und da ist dann das Licht. Jetzt ist die Sache, ich kann jetzt diese Windkanäle ohne Wind natürlich nicht aktivieren. Da hinten ist nochmal eine Fackel. Da sind diverse Fackeln. Ähm. Ich hätte wirklich wahnsinnig gerne einen Wind-Reaver, bin ich ehrlich. Das ist nur die Frage, wo ich den herkriege. Oder kann ich jetzt bis zum Licht erstmal so... Ich kann ja auch mal durchs Blut ein bisschen, ne? Beziehungsweise durch die Tomatensuppe oder den Kirschsaft. Je nachdem, worauf wir uns jetzt hier einigen. Ich kann mir natürlich auch erstmal das Licht schnappen. Auf den Kristall ballern. Noch nicht. So, was macht der jetzt? Oder resettet der jetzt wieder irgendwas? Der resettet tatsächlich. Äh. Äh. Ja. Ja, okay. Der würde mir ja auf jeden Fall ermöglichen, in der Zeit tatsächlich unten das zu holen. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Äh. Ist jetzt natürlich, ne? Wie gesagt, ein bisschen Produktion muss jetzt gerade sein. Deswegen, äh. Der erpuppte Stopp. Aber wir werden dann beim nächsten Mal auf jeden Fall unten das Windzeug holen. Dann werden wir mal gucken, ob wir die Situation mit dem Kampf auf der anderen Seite tatsächlich dann auch nochmal gelöst kriegen. Euch erstmal vielen lieben Dank fürs Zusehen an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, gerne das Bücherzeug da lassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Saw Reaver 2. Oder vielleicht bis dahin auch wieder bei einem anderen Projekt. Wir gucken aktuell, wie gesagt, ne? Ein bisschen hektisch. Äh. Dankeschön. Und bis morgen. Haut da rein. Und tschüss. Und bis morgen.